Ich würde gerne noch beten für dich. Vater im Himmel, wir haben dich wirklich jetzt miteinander angebetet. Das ist wunderbar, weil wirklich dir gehört alles Lob. Aber ich danke dir jetzt auch für die Zeit, die wir haben dürfen, um auf dein Wort zu hören, um das in unseren Herzen aufzunehmen und zu verarbeiten. Danke, dass du hinter dem Benny stehst, dass du ihm diese Worte auf das Herz gelegt hast, dass er schon zum Voraus und ihn jetzt auch begleitet ist in Predigen. Dir wollen wir dafür danken. Amen. 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 Vielen Dank. Ich bin so froh, weil ich weiss, ich bin darauf angewiesen, dass Gott redet. Heute ist noch etwas Besonderes passiert. Ich habe einen ganz langen Text, den ich darüber predige. Und ich habe mir gedacht, ja, soll ich euch den zumuten? Und dann ist Adrian vor dem Gottesdienst mit mich zugekommen und gesagt, du, ich würde im Fall den Text für dich lesen. Und dann habe ich mich jetzt entschlossen, euch den doch zuzumuten. Einfach die Pflicht, dass er loset. Ja, ich tue gerade umstellen. Ja, kann ich, sicher. Tut mir leid, ich wollte eigentlich noch fragen. Ja, das mache ich sicher. Also, Adrian wird den Text vorlesen. Und ich möchte euch ermutigen, einfach so Gott zu bitten, dass er zu euch spricht beim Vorlesen. Und dass er vielleicht einzelne Worte bei euch aufgehen lässt. Johannes 6, Vers 25. Genau. Johannes 6, Vers 25 weg. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn dieses hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manner gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist denjenigen, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstossen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern, dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens, Eure Väter haben das Manne gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Wille lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Jetzt kommt noch der letzte Abschnitt. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendige Macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang an, wer sie waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, Darum habe ich euch gesagt, niemand kam, niemand kann zu mir kommen, es sei denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, Wollt ihr nicht auch gehen? Da antwortete ihnen Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch Zwölfe erwählt und doch ist einer von euch ein Teufel? Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war. Vielen Dank, dass du das durchgezogen hast. Ich habe ihm noch gesagt, das ist ein langer Text, also das macht nichts. Vielen Dank, du hast das sehr lebendig gelesen. Vielen Dank. Keine Angst, ich werde nicht auf jeden einzelnen Vers eingehen, sondern nur ein paar herausnehmen, aber ich glaube, es ist gut für uns, wenn wir den ganzen Zusammenhang sehen, in dem das steht, worüber sich die Predigt dreht heute Morgen. Habt ihr auch schon mal etwas gegessen, wo ihr gerade nachher wieder Hunger gehabt habt? Vielleicht Weissbrot, oder? Da hat man schnell nachher wieder Hunger, da muss man sofort wieder etwas essen. Und die Frage ist, was stillt meinen inneren Hunger langfristig? Jesus spricht eigentlich darüber, was den ewigen Hunger stillt. Und er beginnt damit mit der Frage, wieso bist du bei Jesus? Wieso kommst du überhaupt zu Jesus? Was erwartest du von ihm? Er sagt zu ihnen, im Vers 26, sagt er zu ihnen, Jesus antwortet ihnen und sprach, weil ich, weil ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Sie haben eigentlich nicht verstanden, was Jesus ihnen sagen will. Und ich merke, das ist die Gefahr, dass wir einfach immer wieder das nächste Wunder von Jesus wollen. Die nächste Gebetserhöhung, das nächste so erbauende Erlebnis, die sind wunderbar, die stärken auch meinen Glauben. Aber das Ziel ist, dass wir mehr erkennen, wer Jesus ist, dass wir die Zeichen sehen, dass wir sehen, auf was das hindeutet. Es geht nicht um die Gebetserhöhung an sich. Es geht auch nicht um das Wunder an sich. Jemand in der Gebetsstunde betet im Moment, dass seine Arbeitskollegin zum Glauben geheilt wird. Aber er betet dann immer, damit alle sehen, dass Jesus Herr ist, damit alle erkennen. Das ist das Ziel. Wenn so etwas passiert, ist das Ziel, dass Menschen Jesus erkennen und erkennen, dass er den ewigen Hunger stillt und dass Jesus der ist, der mitkommt in alles hinein. Wir brauchen nicht nur Heilung, wir brauchen vor allem Rettung. Wir brauchen vor allem das Heilen. Die Frage an uns ist, was suchen wir bei Jesus? Wollen wir nur, dass er uns kurzfristig eine Freude macht? Und dann die nächste Freude und die nächste Freude. Ist er so unser Kaffeeautomat, himmlisch, wo wir rauslassen können, was wir gerade brauchen und wollen? Oder merken wir, dass wir Jesus selber brauchen? Jesus sagt selber, dann als Antwort im Vers 27, ihr sollt euch nicht so viel Mühe geben um die vergängliche Speise. Wir machen um die vergängliche Speise. Sondern euch um die Bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Und die wird der Menschensohn euch geben, weil Gott der Vater ihn dazu beglaubigt hat. Suche das, was ewig hält. Ich war gestern zu einer Hochzeit und habe mir dann so vorgestellt, vorgestellt, dass ich vielleicht auch mal meine Tochter hereinführe. Habe ich mir so vorgestellt. Aber dann habe ich später gemerkt, das ist nicht so wichtig. Vielleicht will sie das dann auch anders. Vielleicht will sie von ihrem Mann hereingeführt werden. Oder es ist noch ganz anders. Oder vielleicht kommt Jesus vorher. viel wichtiger ist das, was in Ewigkeit zählt. Das ist mir so bewusst geworden, wo ich mir so kurzfristige Freuden vorgestellt habe. Eine Vaterfreude, oder? Wo ich mir so kurzfristig das vorgestellt habe, habe ich gemerkt, es geht nicht darum. Das ist nicht so wichtig. Das ist ein Detail. Nach was sehne ich mich? Sehne ich mich nach dem, was mir den ewigen Hunger stillt? Oder jage ich einer kurzfristigen Freude und der andere wieder nach? Jesus motiviert uns, um das zu suchen, was den ewigen Hunger stillt. Was stillt den ewigen Hunger? Die Antwort darauf gibt Jesus in Vers 28 und 29 oder eine Antwort. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Er erwähnte, nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Wenn wir auf Jesus vertrauen, stillt das unseren ewigen Hunger. Wenn wir Gottes Willen tun, wenn wir nach ihm suchen. Er sagt, im Vers 35 sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Die Frage ist, was machen wir? Kommen wir zu Jesus, wenn wir Erfolung brauchen? Kommen wir zu Jesus, wenn wir keine Kraft mehr haben? Oder erwarten wir die neue Kraft von einem Kaffee oder oder von Jesus? Jesus sagt zum Volk, nicht Mose hat euch das Manna gegeben, sondern Gott hat es euch gegeben. Mose konnte das ja gar nicht. Manna vom Himmel regnen lassen. Gott hat das gemacht. Alles, sogar der Kaffee, der schenkt Gott. Alles schenkt Gott. Erwartest du von Jesus, dass er deinen ewigen Hunger stirbt? Glaubst du, kommst du zu ihm? Oder gehst du woanders hin? In diesem Text kommen ein paar so Worte von Jesus vor, wo er sagt, der Vater muss ziehen. Es gibt aber auch Worte, die sagen, dass wir einen Teil beitragen sollen. Wir sollen kommen, wir sollen glauben und wir sollen nicht murren untereinander. Wie viel Segen, was Gott tun wollte, wurde gebremst, weil wegen dem Murren. Wie schnell murre ich, weil kurzfristig mein Hunger nicht gestillt wurde? Wie schnell schimpfe ich darüber? Aber wir sollen glauben, auf Jesus vertrauen, auch wenn nicht im Moment gerade das geschieht, was wir uns erhoffen. Reuel hat das so gut gesagt, es ist unser Gebet, dass wir Gott loben können, auch wenn im Moment es regnet und die Sonne nicht scheint. Es stillt unseren Hunger, wenn wir voll glauben, zu Jesus kommen, in der Erwartung, dass er uns das gibt, was wir brauchen, dass er uns das gibt, was unser Hunger ewig stillt. Und wir wollen nicht dorthin gehen, wo wir gerade sofort wieder Durst haben. Die irdischen Freuden, die sind so schnell vorbei. Wenn du träumst, einen Swimmingpool zu haben, dann träumst du von einer Palme im Swimmingpool oder irgend sowas. Von noch mehr. Die irdischen Freuden, der Reiz daran ist so schnell vorbei. Gut sieht man das bei den Kinderspielzeugen. Der Reiz daran ist so schnell vorbei. Man ist gut, etwas altes wieder hervorzunehmen, das ist wieder spannend. Aber man braucht immer mehr. Und auch wir erwachsenen Kinder sind so. Jesus will unseren ewigen Hunger stillen. Es stillt unseren Hunger, wenn wir den Willen vom Vater tun, von Gott tun. Vers 38 heißt es, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und in Johannes 4, 34 sagt Jesus, meine Speise ist die, die ich tue, den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und vollendet sein Werk. Wenn wir Gottes Willen tun, dann stärkt uns das. Dann gibt uns das Nahrung, die mehr hält als Brot. Gestern war ich eingeladen an einer Geburtstags Party, wo ich eigentlich nur drei Leute kannte. Und es waren ganz viele Leute eingeladen. Und ich bin zuerst dort hingesessen, ich jemanden kannte. Oder so eigentlich nicht sehr mutig, sage ich mal. Und irgendwie habe ich so während dem Essen immer wieder das Gefühl gehabt, hast den Mann dort drüben gesehen? Sie sitzen dort nur zu zweit. Irgendwie hat es mich immer wieder dort rüber gezogen. Und irgendwann hat mir Gott so geholfen, dass ich dem, ohne das zu wollen, zugenickt habe. Und da bin ich dann zu ihm rüber gesessen. Und ich habe gemerkt, wir haben sofort begonnen zu reden. und ich habe gemerkt, es ist wichtig, dass ich mit ihm über Jesus rede. Wir haben ihm den Glauben geredet und ich habe gemerkt, dass er Glauben braucht, dass er Jesus braucht und ich konnte mit ihm dort weiter reden. Wir haben abgemacht, dass wir mal einen Kaffee zusammen trinken und im Nachhinein habe ich gedacht, wieso bin ich nicht von Anfang an dorthin gesessen? Aber wenn wir das tun können, wenn wir das sagen können, man muss es auch ein Ringen, das zu sagen, was Gott will, dann ist es das etwas, was uns stärkt. Den Willen Gottes tun, stillt unser Hunger, auch wenn wir das sagen, was er will. Bei Jesus heisst es, nach dieser Rede, nach dieser Rede wandten sich gefolgt waren von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Hat Jesus nie etwas von Gemeindebau gehört? Er hat Dinge gesagt, die die Leute zum Davonlaufen brachten. Dabei wusste er doch, dass sie gehen würden. Er wusste es. Er wusste es, dass sie gehen würden. Er wusste es. Er ist Gottes Sohn. Und trotzdem hat er es gesagt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch in unserem Umfeld sagen, was wir sagen müssen. Ich habe gestern neben mir ein Moslem gesessen und ich habe darum gerungen, gebetet, Herr hilf mir, das Richtige zu sagen. Und ich habe gemerkt, ich muss immer wieder von Jesus reden. Ich habe mich gedrängt gefühlt, immer wieder von Jesus zu reden. Und er hat dann so Sätze rausgelassen wie es führen alle ans gleiche Ziel. Das kennt ihr, das kommt immer wieder in Diskussion. Und ich habe immer so den Drang gehabt, red von Jesus. Sagen wir, was wir sagen müssen. Ich habe es leider oft nicht gemacht, aus der Angst von den Konsequenzen. Gestern bei der Hochzeit hatte ich beim Vorbereiten den Eindruck, sprich darüber, dass sie einander achten sollen, einander lieben sollen und einander anheizen sollen zur Liebe und zu guten Werken, damit sie bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Das ist der Vers nach ihrem Trauvers gewesen. Und ich habe es so gemerkt, ich muss das sagen. Ich muss davon sprechen, dass die Zeichen der Zeit so sind, uns zeigen, Jesus kommt irgendwann wieder. Und dass ganz viele junge Leute keine Hoffnung haben, und psychisch Probleme haben, habe ich letztens gelesen, ich kann leider die Statistik nicht mehr genau wiedergeben, aber es sind viele, die mutlos werden in dieser Zeit, weil sie merken, dass vieles schwieriger wird. Und lass uns deshalb sagen, was wir sagen müssen. Lass uns klar das sagen, was uns Jesus aufgibt. Jesus hat es gemacht und er hat riskiert, dass viele gegangen sind. Lass uns nicht kurzfristig auf den kurzfristigen Erfolg schieren und Witze reissen, damit wir kurzfristig Lacher haben, habe ich leider auch schon oft gemacht, sondern lass uns darauf abzielen, dass wir das sagen, was wir sagen müssen. Wenn jemand in unserem Umfeld in eine Richtung läuft, wo wir merken, sie ist nicht gut, sie gefällt Gott nicht, dass wir dieser Person den Mut haben. Der Johannes der Täufer, der hat dem Herodes gesagt, die Frau, mit der du jetzt zusammenlebst, ist die Frau deines Bruders, das ist nicht richtig. Das hat ihm den Kopf gekostet. Bist du bereit, das zu sagen, was du sagen musst, egal was es kostet? Jesus hat es ein paar Nachfolger gekostet, für ziemlich viele. das stillt den Hunger, wenn wir das sagen, was wir sagen müssen. Den ewigen Hunger. Jesus sagt in Vers 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Die Juden haben das ja gar nicht verstanden, die haben gedacht, wieso sollen wir jetzt Jesus essen? Ist ja auch schwer verständlich, wer das meint. Im Blut, nach dem Alten Testament, im Blut ist das Leben, nach der Bibel, im Blut ist das Leben. Wenn wir das Blut von Jesus trinken, nehmen wir das Leben von Jesus auf. Wir nehmen das auf, was Jesus lebendig macht. Und es ist wichtig, dass wir Jesus selber in uns haben. Nicht nur einfach ein paar Werte nachfolgen. Ich habe gehört, oder ja, direkt von einem Prediger gehört, dessen Sohn sich von Gott abgewendet hat und ihm dann gesagt hat, sei nicht traurig, ich halte die Werte weiterhin, die du mir mitgegeben hast, die sind gut, ich behalte die Werte, ich nehme das mit, was du mir mitgegeben hast. und er war trotzdem traurig, weil er wollte ihm nicht einfach nur Werte mitgeben, sondern er wollte ihm den Appetit anregen, dass er Jesus selber in seinem Leben hat und aus der Beziehung zu ihm lebt. Gestern in der Diskussion an dieser Geburtstagspartie ist es auch um Werte gegangen. und ich habe dann gemerkt, ich muss darauf hinweisen, es geht um die Beziehung, es geht nicht einfach darum, noch ein bisschen im Museum die christlichen Werte der Schweiz aufzubewahren. Das ist es nicht. Die Werte ohne Jesus sind tot. Wir brauchen das Leben von Jesus in uns. Wenn wir den Leuten nur sagen, ihr müsst die alten Werte behalten, dann geben wir ihnen nicht das mit, was sie zum ewigen Leben führt. Sie brauchen Jesus selber und sie müssen Jesus in sich aufnehmen, sein Leben. Nur dann lebt es. Wenn die Kraft von Jesus in dir wohnt, nur dann haben deine Worte auch Kraft. Nur dann sind die Werte, die du vertrittst, auch die Werte, die Jesus heute noch wichtig sind. du hältst nicht dann etwas fest am Buchstaben, sondern der Geist macht lebendig, nicht der Buchstaben. Der letzte Punkt, was stillt deinen Hunger langfristig? Jesus und seine Worte. Wir brauchen Jesus selber, wir brauchen die Beziehung zu ihm selber. Und das Schönste an diesem Text, finde ich, die Antwort von Petrus, wo Jesus zu ihm sagt, und zu den Jüngern sagt, wollt ihr auch noch gehen? Ich weiss nicht, ob ich diese Frage gestellt hätte. Wollt ihr auch noch gehen? Wenn jetzt da alle rauslaufen würden, nur die vorste Laie bliebe, und ich würde sagen, wollt ihr auch noch gehen? Ich weiss nicht, ob ich das machen würde. Aber Jesus hatte seinen Auftrag, er hatte nicht den kurzfristigen Erfolg im Kopf. Er hatte den Auftrag im Kopf. Lass uns auftragorientiert sein, lass uns das sagen, was wir sagen müssen, lass uns aus der Beziehung, lass uns den Willen des Vaters tun. Und Petrus gibt dann die super Antwort. Er sagt dann, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Petrus hat verstanden, ich bleibe bei Jesus. Ich bleibe bei Jesus und ich glaube, es ist auch für uns eine Ermutigung, zu sagen, ich bleibe bei Jesus, auch wenn die Inflation zunimmt. Ich bleibe bei Jesus auch wenn es uns Schweizer vielleicht nicht mehr immer weiter gut geht. Ich bleibe bei Jesus, auch wenn der Putin näher kommt, weil Jesus Worte des ewigen Lebens hat und weil er der heilige Gott ist, weil er das wahre Leben gibt. Wenn ich ihn aufnehme, wenn ich ihn habe, dann habe ich das Leben, das weitergeht. Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Das merke ich im Moment, wenn ich einen älteren Herrn besuche, der dem Sterben näher ist. Und ich lese ihm immer wieder so Worte vor, Worte von Jesus vor, Worte der Bibel vor, Zusagen, wo er weiss, zum Beispiel wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich lese ihm so Worte vor, dass er sich an diesen halten kann. Diese Worte, das sind Worte des ewigen Lebens. Das hält, Jesus hält sein Versprechen, wenn ich auf ihn vertraue, dann werde ich ewig leben. Und ich merke, dass das ihm und mir Kraft gibt, wenn ich ihm solche Worte zuspreche. Die Worte von Vertrauen, dass das, was er zusagt, dass er das hält. Jesus selber sagt von seinen Worten in Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht es, Fleisch vermag nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Lass uns so im Vertrauen diese Worte von Jesus aussprechen. Lass uns so im Vertrauen immer wieder den Menschen, die wir begegnen, die Verheißungen von Jesus zusprechen. Sie ermutigen, nach ihm zu suchen, weil nur er das wahre Leben gibt. Ich konnte gestern diesem Moslem erzählen, dass ich diesen Mann begleite auf seinem Weg zum Sterben, aber schlussendlich zu Jesus. Und ich habe ihm gesagt, ich merke, wie diese Verheißungen ihm Kraft geben. Aber ich sage ihm das nicht nur, sondern ich glaube selber daran. Gib die Worte von Jesus im Glauben weiter, dass sie Geist und Leben sind. Vertraue darauf. Schreib mal auf ein Geburtstagskärtchen nicht nur alles Gute, sondern noch einen Vers, den du aufs Herz bekommen hast für diese Person. Mutig, weil du glaubst, dass die Worte von Jesus Geist und Leben sind. Lass uns, das stillt unser Hunger, Jesus stillt unser Hunger und lass uns so im Glauben immer wieder bei Jesus und seinem Wort den Hunger stillen, dass er uns das gibt, was ewig hält. Ich möchte noch beten, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast und vergib uns, wo wir an Quellen unserer Durst zu stillen versuchen, die unserer Durst nie stillen können oder nur kurzfristig. Herr, danke, Jesus, dass du uns schlussendlich alles gibst und hilf uns alles aus deiner Hand zu erwarten. Hilf uns zu erwarten, dass du uns versorgst und hilf uns, dass wir die Zeichen, die du uns gibst, erkennen und merken, dass wir bei dir bleiben müssen und dass in dir selber das Leben ist und dass wir dich brauchen, nicht nur deine Wunder, nicht nur deine Gebetserhöhungen, sondern dich selber. Herr, hilf uns, nach dir zu suchen, bis wir dich gefunden haben und hilf uns, dann bei dir zu bleiben, wie Petrus und seine Kumpels bei dir geblieben sind. Hilf uns, ganz nah bei dir zu bleiben und so im Glauben an dir festzuhalten, bis wir vor dir stehen. Amen. Ich bin über Versen zu bleiben